Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Und alles hoch und mitsingen. Der Steigerturm, und er hat sein helles Licht in deine Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Der Steigerturm, und er hat sein helles Licht in deine Nacht. Und dahin zu fahren wir ein bei der Nacht ins Schwerkwerk nach. Der Steigerturm, und er hat sein helles Licht in deine Nacht. Und er hat sein helles Licht in deine Nacht schon angezündet, schon angezündet. Danke! Und wer von Birkbau noch nicht gelobt hat, hier an der Außenecke steht der Absetzer. Geht den angucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So meine Lieben, ja, das waren die Lauterbacher Musikanten. Und er hat hier zum Sonntag nochmal das Zelt gewebt. Und wir sind froh, dass die Jungs und Mädels uns unterstützt haben. Denn... Fiekt das? Nee. Du willst weiter klatschen? Okay. Geht gleich los! Also, wir machen natürlich noch ein bisschen Musik für euch. Wir sind zwar auch kaputt, aber wir halten noch durchgeordentlich auch noch ein bisschen. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Feiert noch ein bisschen. Wir sind hier 925 Jahre Euler. Es war uns eine Ehre.